Wir sind alle anders. Eine Stop-Motion von Jeremy, Lea und Lisa und Lenny. In der Klasse 10Z ist wie immer Unruhe. Jonas ist meist der Anstifter. Susanne ist die ruhigste und ziemlich genervt, dass sie eigentlich echt gerne Unterricht machen würde. Kimba meldet sich, kommt dran und sagt die falsche Antwort. Falsch, Kimba. Das ist aber normal, weil Kimba. Jonas, hör auf. Susanne, melde dich bitte. Das ist doof. Langweilig. Ruhe bitte. Ich hab keine Lust mehr. So, die Stunde ist vorbei. Oh, endlich. Susanne ist sehr ruhig und freundlich. Sie kommt gut mit ihren Mitschielern klar. Sie ist sehr hilfsbereit und außerdem sehr nett. Kimba ist sehr kontaktfreundlich. Sie ist sehr hilfsbereit und höflich. Kimba ist sehr aufgeweckt und denkt immer positiv. Jonas ist ein sehr aufgeweckter Schüler. Er ist sehr kontaktfreundlich. Er ist immer sehr fröhlich und denkt immer positiv. Die drei Schüler sind sehr am Tanzen interessiert. Sie sind alle unterschiedlich und dennoch beste Freunde. Der 5 hess ist immer super красив. Die drei Schüler sind sehr hoch. Der 5 hessische Beiträge. Der 5 hessische Patienten ist sehr nah, der clips sind wahnsinnig, hoffentliche ich noch mal pillows. Und das war der 4 hessische Hund, der 4 hessische statisticalisten Nagain. Und das war der 4 hessische Wagen. Vielen Dank.